Was gibt es aktuell zu beachten an den Märkten, das erfährst du hier in diesem Video und dazu herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass du es wieder geschafft hast einzuschalten. Ich möchte mit dir heute mal wieder über meine Lieblings-Währungspaare mit dir sprechen und wie du diese in der nächsten Zeit handeln kannst und was seit meinem letzten Update vom letzten Video genau in diesen Paaren passiert ist. Also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dabei, damit du auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand bist. Wir gehen damit genauso schnell wieder rein in den Euro-US-Dollar. Den möchte ich als erstes mit dir analysieren und was habe ich dir gesagt in meinem letzten Video, dass wir hier Short runterkommen und dass wir uns hier natürlich schöne Short-Positionen raussuchen können. Was ist seitdem passiert? Es ist Short-gerichtet das Ganze. Wie tief erwarte ich das Ganze noch? Ich erwarte einfach im Euro-US-Dollar, dass wir hier unten nochmal reinkommen. Wir sehen es hier auf dem RSI. Wir sollten jetzt nochmal ein kleines Stückchen höher kommen. Vielleicht ditschen wir nochmal die 200er EMA-Linie hier an, wenn die jetzt hier so langsam abfällt. Ich mache jetzt hier mal malen nach Zahlen so ein bisschen, weil der Kurs sich nach unten bewegt. Wir können hier nochmal hochkommen. Da wäre hier nochmal die Möglichkeit, eventuell neues Short-Potenzial einzusammeln. Das heißt, du kannst dort an dieser Stelle nochmal schauen und Ausschau halten nach neuen Einstiegen in diesen überliegenden Abwärtstrend im Euro-US-Dollar. Bis jetzt ist unser Szenario komplett aktiv. Ich lag hier Gold richtig. Wir sind hier Short. Meine Positionen laufen auch noch. Alles gut soweit. Ich möchte mit dir dann weitergehen in den Goldpreis. Und was haben wir da zu erwarten? Und auch da habe ich es dir gesagt. Ich habe dir gesagt, dass wir hier runterkommen werden nochmal in diese Box. Allerdings ist es nochmal möglich, dass wir hier auch nochmal höher kommen können. Das heißt, du hättest hier jetzt in dieser Zone nochmal Gelegenheit gehabt, von diesem Abwärtstrend zu profitieren. Ich gehe jetzt des Weiteren davon aus, dass wir hier nochmal auf jeden Fall runter in diese Box kommen sollten. Und nochmal das Ganze hier unten einfach antesten werden. Das wäre es erstmal auch zum Goldpreis gewesen. Momentan sind die Märkte, ja doch, es ist schon ein bisschen ziemlich alles überhitzt. Ich meine, wir haben ein All-Time-High nach dem anderen. Wir sehen es im DAX, wir sehen es im Nasdaq, im Dow Jones. Also die Märkte spielen aktuell sehr verrückt. Und mir macht das Ganze aber auch wirklich Angst, weil wir sehen nämlich aktuell viel Geld, was in Aktienunternehmen reinfließt. Und das Problem, was wir dabei haben ist, dass wir kurz vor einer Zinswende stehen. Das heißt, es sollen angeblich, bis jetzt ist es ja noch nicht gemacht, es sollen die Zinsen gesenkt werden. Und wenn wir uns im Laufe der letzten Jahre oder beziehungsweise der letzten 100 Jahre mal die Zinskurven angucken, was passiert ist, wenn viel Liquidität in den Markt gekommen ist, das heißt in Aktien gesteckt worden ist, und gleichzeitig eine Zinssenkung kam, ist Folgendes passiert. Der Kurs ist abgesagt. Ich erwarte also jetzt erstmal, dass wir noch etwas hoch gehen. Wir werden wahrscheinlich komplett nochmal steigen vom Marktvolumen her. Aber dann erwarte ich einen Abverkauf. Und da steht es noch außer Frage, kriegen wir ein Hard Landing oder kriegen wir nur ein Soft Landing mit einer kleinen Korrektur nach unten. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Das ist ein bisschen zu weit in die Zukunft gegriffen. Aber wir sollten uns auf jeden Fall schon mal vorbereiten, dass der Markt korrigieren wird. Ich sage nicht, dass er crashen wird. Ich bin hier kein Crashpilot, aber er wird gesund korrigieren. Weil die Märkte müssen einfach hin und wieder einfach mal Korrekturen hinlegen. Und das ist auch völlig normal und das ist auch völlig gesund. Mich würde mal deine Meinung interessieren. Was denkst du, wie werden wir in Zukunft oder in diesem Jahr halt einfach die Märkte handeln können? Werden wir shortgerichteter sein? Schreib es mir doch mal unten in die Kommentare. Und wenn dir das Video bis jetzt natürlich gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like oder ein Abo natürlich freuen. Und nach meiner Goldpreisanalyse, wie gesagt, du kannst hier auch immer noch mal gucken, ob du hier noch mal Short Einstiege findest. Ich glaube nicht, dass das war. Also das sieht natürlich hier noch mal alles ein bisschen aufwärts gerichtet. Also würde man jetzt hier einfach noch mal eine Linie ziehen, wäre das schon aufwärts gerichtet. Aber wir dürfen dieses Gap hier unten einfach nicht vergessen. Und ich würde dafür wetten, dass wir dieses Gap hier auch noch mal einsammeln, bevor wir weiter ansteigen. Ja, wir werden weiter ansteigen, auch im Goldpreis. Völlig normal. Langfristig sind die Märkte immer longgerichtet. Das ist auch klar. Aber kurzfristig glaube ich schon, dass wir hier noch mal eine Korrektur hier unten in diesem Bereich sehen. Ja, und dann möchte ich auch weiter mit dir darüber sprechen im DAX. Dort habe ich dir ja auch in meinem letzten Video gesagt, dass ich nun beim Durchbrechen, wir sind hier wieder abgewiesen worden an dieser 17.000er Linie. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Also der DAX ist momentan ein bisschen mein Sorgenkind, weil ich sehe zum Handeln oder beziehungsweise für längere Swing Trades gerade nicht das optimalste Potenzial, was es gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht hier noch mal zurücksetzen würden auf die 200er EMA Linie. Da müssten wir aber auch mal den RSI noch mal irgendwie mit einbeziehen, ob das Ganze denn dann überverkauft wäre. Und dann könnten wir das ganze Ding vielleicht noch mal longtraden. Das wäre hier noch mal eine Idee, was gerade im DAX ist. Ansonsten würde ich tatsächlich erst mal die Füße ein bisschen stillhalten. Ja, wir gehen weiter. Da möchte ich noch mal mit dir über noch ein paar von mir reden, was ich auch hin und wieder ganz, ganz gerne handele. Und das wäre NetGas. Und was passiert im NetGas? Ich habe das auch bei mir unten in die Telegram-Gruppe schon reingeschrieben. Kannst gerne mal dazu joinen. Ein bisschen frisches Leben kann die Gruppe immer gebrauchen. Gerne auch Fragen stellen. Wir sind da alle sehr kommunikativ und sehr offen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt nach Elliot-Wellen gehen, dass das hier oben die Welle 1 war und hier unten die Korrektur der Welle 2. Ich bin erst mal longgerichtet im NetGas. Das hat auch so ein paar Gründe. Wenn ich jetzt da einfach mal den Chart mal mir wegdenke und ich gucke gerade mal so geopolitisch, was denn in der Welt so passiert, beziehungsweise was gerade so beim Gashandel passiert. Und da macht mir so ein bisschen Sorgen, dass die USA jetzt diesen LNG-Import, den sie ja an Deutschland liefern oder das Gas, was wir bekommen, natürlich einstellen wollen, beziehungsweise nicht mehr so viel Gas liefern wollen. Und das wäre für mich zum Beispiel auch nochmal ein Grund, eher in steigende Gaspreise zu gehen. Also mit so einem Trade jetzt zum Beispiel, da haben wir nicht viel Risiko. Wir könnten den Stop beispielsweise hier unten einfach an unser letztes Low legen und wir könnten dann zum Beispiel eine Position nochmal nach oben traden mit einem Chancen-Risiko-Verhältnis von 3. Ich bin langfristig gerichtet noch viel bullischer, aber das wäre hier zum Beispiel eine kleine Trade-Möglichkeit auf den NetGas ohne viel Risiko, die man nehmen könnte jetzt aktuell gerade in dieser Phase. Auch das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob du diesen Trade machen würdest, ob du das Risiko eingehen würdest. Mich würde es auf jeden Fall mal interessieren. Wie gesagt, mach dir da nochmal selber ein Bild drüber. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir hier unten auf jeden Fall nochmal an diese 200er EMA-Linie klatschen werden, weil der Kurs wird ja immer gerne von der 200er EMA-Linie auch nochmal angezogen. Ja, dann war es das auch erstmal so mit meinem Marktüberblick von meinen Lieblings-Währungspaaren. Falls du nochmal irgendwie ein anderes Währungspaar oder Handelspaar oder Aktien natürlich gerne analysiert haben willst, schreib es mir doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Dann nehme ich das auch gerne mit dir gemeinsam unter die Lupe. Dann bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Dein André